hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei krosser mit schweck so heute mal eine runde schrot du hast auch schrot kann das sein ja ich wollte dir und das ich habe mal gemein meinen granatenfahrzeug umgebaut quasi auf schrot da kennst du bestimmt noch dadurch schon ja was brauchst du schrotträter jork hätte kuchen käse als gut ne ich bin viel mehr kuchen als käse besten auch so kuchen mit füllung büro ist auch so was keine reaktion okay gut nein fußkäse ja nicht fußkäse büro ist ich bin mal sehr gespannt auf dieses warzeug ich muss sagen ich arbeite doch zurzeit ein bisschen lieber mit den kolossus es mit dem cheater also gerade wenn man hier die qual verwendet leichte kabine als cheater brauchen wir den cheater ach ich sag mal nix dazu ich sage nur guck die kamera naja naja ich muss sicher noch reingucken da weiß ich doch dann werde und deine hand dort zu erlesen ja 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 also die schande hat ich scheiße ja schon das wort sagt man nicht aber welche folge waren das wo ich die es hätte in der kamerei halten aber das müsste der nächste stück man das wird ich fahr einfach mal gerade aus ohne nach vorne zu gut ich würde es immer behaupten das wird eventuell am mittwoch also morgen morgen ja ich denke mal weiter nee ich glaube morgen zumindest ich habe ja die folgen haben schon quasi der folgen habe ich schuld war dass die schulde wurde ich soll mehr machen ja ich glaube da haben auch das hätte in der kamera naja genau dann muss der zettel sein der fahrzeug kann man doch wer denn da du ja er hat was ich nehmen hallo schrutscht mit wird die koppeln hat die koppeln hat die koppeln habe ich immer noch in der gar in der galerie aber natürlich aber du hast jetzt mehr reifen kann das sein die andere ok mein freund ich pflück mal auseinander persönlich also mach doch mal die drohne kaputt bitte danke für die reifen weg ich mache gleich die kabine da kommt nur doof paket auf mich dann machst du weg ja ich habe mich bei gemacht ich fliege da ich renne ich renne ich renne ich renne mal ich renne mal aber hier ist gerade keiner mehr da ist rumgefallen der bums immer da kommt schon wieder raketen ich werde mich mal hier kurz hinterm berg verstecken ich sehe noch weit von hinten den fliegeberg ja die hatte gerade der hatte hülken ja ja schön ist ja kann ja auch nicht sagen jetzt hässlich weil ich kenne ja nicht weil er wird diskriminierung genau so wissen ja 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 man wird auch die wissen spät heute auch noch mal ich brauche kühlt ich habe schon zwei koppeln sie sind mal meine zähne ich habe sind zwei zähne was mich sehr wundert ich habe noch alle meine wachen ja das wurde mich ja weil die webst du lebt in klebe nachher ich war bei ziemlich fast mit ja gut man wenigstens war schade hat betrifft wissen ja auch so er hat sich ja er wollte uns er wollte uns den könig gönnen naja da wollte er hat angst vor dir hat ein name gelesen nein nein den namen den man nicht aussprechen können genau sagen wie ich kreif hat hier drin ist ein fall genau so wie ich mir weiter eifer 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 noch was ich habe wohl so den eifer gemerkt ja der dober eifer und hier diese anderen drei da die mit dem bau gleichen fahrzeug die sich da so geärgert haben hat man so war schon ziemlich am anfang heute mit den drei geschützt wird gegangen ist ja ja das wurde 33 gleiche fahrzeug stimmt das war ein dreimal geschützt ja sagen wir uns wohl klassisch verloren aber naja ja ich bin ich leider der ersten fünf sekunden gebucht gegangen ich hatte wenigsten zehn sekunden naja ich habe schon fünf sekunden abgerechnet das ist das waren die momente die momente momente nennt das sowas nein der schieb liegt erst jahr war der schwerer natürlich wie viele meisten mit der kiste fast 2000 ja gut ich habe nur 15 oder knapp 15 ich hätte noch mehr machen können aber noch teurer geworden also 1000 kilo hatte ich noch frei nach oben das ist nämlich der vorteil wenn man nämlich ein etwas die vor etwa nicht mehr ganz so schüppig aus und man muss dann die besseren reifen dran schaut ja noch mehr gewicht dran schmeißen das stimmt die bigfoot reifen sind um einiges leichter als die großen reifen was eigentlich sehr merkwürdig ist weil ich hätte eigentlich damit gerechnet dass bigfoot schweres ja aber die ich meine eigentlich mehr die ps aber die bigfoot reifen sind trotzdem leichter als die großen ja ja das hat leichter dass mehr luft drin und wir haben halt eine bessere haltbarkeit ja wir haben ja luft drin ja sollte heute sollten schon wie pumpen seien die dinger macht die hurricane der jagt sich in der luft ok denn auf den gegner weiter hinein ja ich sehe schon wie hat hier einmal was waren die anaconda drohne das war glaube ich die 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 flug die flug geschützt ohne vorderstöbe oder die wurde gerade abgeschossen bei dem ja das war das nicht die raketenwerfer die stand ohne die raketenwerfer davon da gibt es doch quasi das maschinengewehr was du gerne hast und einmal diesen raketenwerfer ja ich kenne nur als raketen ja 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 aber der hat ja auch namen hat ja auch namen abbekommen der heißt ja nicht mit drei beinen nichts das war was ja genau das maschinengewehr ein langes rohr wo was rauskommt drei bein ein bein ja drei bein sucht ihr einsatz das hat aber mal klassisch enorm ja guck mal der hat ein bohrer da vorne dran der der fliegebeutel der nach unten guckt der unsichtbar war da vorne so hast du nicht gesehen du hast ja da hinten ja ich bin ja ganz weit woanders sieht man ja so jetzt habe ich natürlich klasse das vorzeug für die kobe mary macht nicht zurück wie hieß der film mit mary da gab es noch film drüber fünf titel mary 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 hat noch in der mitte mary hatten noch in der mitte er hat sich in der luft ja leider ja da kommen wir dazu als der joshua immer noch auf der brücke aber mal runterfahren weder werden so wenn wenn der tarnung wieder ready ist ich muss da aber länger ich habe diesmal nicht immer kein cheater aber das denn sonst den roten da kommt connor oder hatte eine riport connor ist tot ja das das war unsere das war unser mary genauso so wie auch gerade weil ich das modell gesehen habe hinter uns ist doch noch wer und wir haben snipe auf dem werk ja ich bin mal schnell nicht von ok er hat mich enttorn ja endlich mal gegner bis endlich mal ich bin hinter dir dann kommt endlich mal bin nämlich gleich weg ich habe den der stadt neben dir und hat auch die geschossen ich habe die berühmung ja ja okay aber ich hatte eben mehr von mir aber der hat ja gekonnt den arsch weg geschossen die seite weg geprüft was einer mit so doppel wirbeln oder hatte ich hatte zumindest hatte 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 ich habe da hinten der letzte das letzte erscheint dämon aber der brust der brust geht ja meine schrottis kommt auch nicht so weit 2000 punkte reich bekommen hallo die weiße 6 gemacht aber du hast dann ja fast die mission schon abgeschlossen noch vier noch vier der fahrzeug gefällt mir das fahrzeug gefällt mir das werde ich behalten nein das ist doch nee das ist gut weil ich auch eine schöne schöne ps klasse die gefällt mir auch noch ganz gut die weiß doch was das ist nicht gut für dich was ist nicht gut für mich denk an dein schwaches hart und da hast du recht danke danke denk an dein schwaches hart das ist nicht gut nimm lieber die alten dinge im leben granaten nix geht über eine richtig ordentlichen granatwerfer ja ein bisschen stahl bisschen blei ich hab ne blei in anderer form was sagen in anderer form in anderer form ja in etwas schrottig etwas klein ok was sie das hier ja so ja weil die brust ja kind damit schon was du ja ja ich fahre hinter die gestaubert ja bei mir ist ja nichts mehr noch nicht die kommen ja automatisch zu das ist ja dieser magnet ja komm mal hinten rind fahren heute ins getümmel ins gelimmel aber auch länger ok ja gut wenn du länger brauchst dann das ist gut nein da ist einer hier mit der doppel doppelbreter wie heißt das einmal schau auf bitte aus dem spiele paradies ab ja doppelbreter ist tot ja ja zweimal tesla äh kipps haben die immer noch ja ja Mensch hau doch mal ab ja du nimmel ich geb dir mal hier schützenhilfe hinten fahr ruhig ja ich kann nicht ich kann nicht oh man ey hier hier fliegebeert hier hier nee nicht fliegebeert hier eh es ich hab mich blockiert dass ich nicht fahren könnte das hätt ich eventuell noch schaffen können nicht dass du mit dem film s zusammenkommst ja s wirst wirst es was ist ein s also es ist die lümmel die große frage was ist es ja das ist eine bereich für essenshafte fragen Einfach Hinweis, Bereich Film, S. Was ist S? Da kann diese Frage beantworten. Krieg von Bumble sofort einen... Nein. Ich sag das nicht, was S ist. Ich auch nicht. Weil S ist S. Vielleicht kriegst du den Kommentar, was S ist. Ja, vielleicht. Also nicht S, sondern eh S. Vielleicht könnte S auch ein Erfolg sein. Es ist ein Erfolg. Hey, du Lump. Hallo, Florentine. Wie dir hießt ihr? Florentine. Hast du nicht gesehen? Florentine. Ja. Florentine. Tino. Da kämpft einer. Ja, fliegt. Nee, der blind ist. Ja, fliegt. Garantiert. Ich bekomme gleich Besuch, Scherer. Kannst du mal hinter mir Rückendeckung geben? Ja, ja. Genau, der. Du bist schneller als... Du bist schneller als Eker. Ja, aber du bist ja trotzdem noch da. Das heißt ja nicht, dass du weg bist. Ja, aber... Ich bin auch ganz weit weg. Ich muss noch mal ganz kurz in den Fluchtmodus gehen. So, jetzt komme ich wieder. Ja, ich habe den Ehen ganz gut hier behauptet. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Den Andreas mache ich. Okay. Jetzt war ich behauptet. Ah, nein. Der hat nämlich nur Buchmaterial. Okay. Jetzt klaue ich dir. Ich habe die geklaut. Ich habe die geklaut. Alle. Alter, kriege ich. Komm her. Ich war nicht. Wie war das? Ja. Ich habe nie geklaut. Ich habe nie geklaut. Ja, aber... Ja, aber drüben. Na, helft mir. Helft mir. Ich nehme mich auch. Das war Taktik. Da war die Taktik. Ich nenne das den hinterhältigen Fuchs. Was habe ich wieder? Doppelgobble. Toll. Ja, ich habe nur noch eine Schrot. Und ich bin jetzt Käsekuchen. Ich habe zwei, aber nicht wie ohne. TESO ist TESO ist bearbeitet nicht. Lisa, da ist Lisa. Hey, bot. Mit einer Rebo. Ah, ist Lisa und Patrick Star. Jetzt ist Patrick Star? Ja. Warte, wie war das? Hast du den Finger oben? Wird man dich loben? Tateus, hätt ich bald gesagt. Oder hieß der auch noch. Tateus. Ist der nicht Tate... Nee, Tateus. Der hieß doch nicht Tateus, der Gegner. Nee, nee. Der hieß anders. Tateus. Hey, Tateus. Ja. Ich wollte schon gerade sagen, da ist uns gibt es noch Tateus, der Mann und uns im Star hier zu halten. Ich fahr nie mehr hin. Ach, hilf mir. Ich habe schon Pipi noch. Ich nehme mir meinen Sprit wieder mit. Was? Ich nehme Sprit mit. Ich mir alles schalte mal. Da kommt aber... Patrick Star! Da kommt doch! Tateus! Da, snabin! Ja, fokussiert nicht, Mick. Was ganz gut ist. Er hatte Hellen im Blick. Oh, 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 oh! Da wurde knapp. Da hat man auch 70 Leben. Macht mal bitte den kaputt. Jetzt hat er mich. Ja, das ist schön, dass er... Da kann keiner den besiegen. Ich habe unsere Koblen... Mit sechs Koblen wäre auch länger weg. Ich habe nichts mehr. Jetzt, jetzt! Ja, er ist waffenlos! Er ist waffenlos! Er ist waffenlos! Er jagt sich in die Luft. Sö, doch bitte Brot abholen! Bitte Brot abholen! Erstehen wir! Ja! Ah, ich habe einen Kill! Ich habe einen Kill! Mut und Wahrheit sind abgeschlossen. Schön! Endlich mal selber. Schön! Ich bin ein Spaces. Pflegt um Hilfe, nicht? Du, sei abgestaubelt! Können wir eigentlich ganz nach unten... Nein, 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 nein. Jetzt wird das keine Wahrsinn. Jorg, hilfst mir! Jaja! Jorg, hilfst! Tadios. Kintakel. Patrick. Boah. naja wie gesagt über oben mehr und patrick soll bei uns ja die ist auch nicht erst den gegnerischen team adios gegen patrick naja jetzt wird er wird weil ich bin spät dran ach so ja ich mag auch mal da kommt gleich was wirklich ja es gibt das getrunken was genommen okay 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 bevor mir so nicht vor die auch nicht aber von meckern hat gekauft okay also also nehmen ja also quasi da und unter dem jahr da ist adios ach so jetzt haben wir den präger den bräder hier sirius 24 warum auf der linken sollte da scheint angeblich nix zu sein ich denke ich denke aber so bläde ja wir kann man ja helfen er weg schieben so ich habe ja ich kann mich nicht anform also wenn er muss ich von hinten kommt also ich habe gedacht man kann ich von unten auch erreichen aber du wirst nicht weg schieben die guten ich habe mir mal den gegner darum habe ich den gegner weggeschoben der gegner war direkt in meinen schuss ich habe dort wird es geht kaum die kamer oder der bläde festhängen wiese der wäschelein bitte einmal welcher einen trocken einmal den charakter zum anfassen bitte naja gut aber wieder was zum lachen aber was ja haben wir wieder was gelernt beim bärmuth genau geländer sind nicht gut da kann ich mir nur noch in das bläde zu gucken was ich folge alles hier hilft noch hilfe an den die wir die wirtler weggeräuschert und dann ist die weggeräusch von der weg doch dann ich kipps ich kipps aber wuuhu nee ich wär's da weggefahren weil ja wohin denn wo soll ich noch hinfahren einfach wieder weg in dein camp denn was soll ich da ich kann doch eh nichts mehr machen du bist ja du bist allein ja ich hole mir jetzt wenn du lass dich jetzt sprengen oder mach ich doch jetzt ach wenn ich da was ist da mit dem guck mal wie gut ich war ich dachte da hilft mir mal das hat mir mal einfach an die kocherei wieder wenn du da oben hängst wie kann man da oben hängen das war deine eigene selber schuld ja ja weil ich war ich hatte gesehen dass da mal schon mal schon wieder patrick kam auch schon wieder gut man ja jetzt 1000 im team also im gegner team ist ja lustig wird auch mal 10.000 welche weg ja ja 9000 mit wegen seiten die rüchst hat meinen gerade schon im team und da ist ein zehntausende jahr die sie aber was hatten ja die sie da oben drauf das sind doch diese nahe kampf die sie die sie 65 ich bin bei ganz anderes ich bin hier bei cirrus 24 ich bin demnächst bei elitepartner jahr sie müssen mit deinem niveau wenn du bei cirrus 24 bin ich bei die sie 65 hast du da spaß nein warum nicht keine ahnung da ist jetzt den tausendern wo uns da vor uns der kolumbo bus was jetzt den tausendern zweimal mann apollo da wird er mich verorschen da jetzt ist noch dran ach weg ist er auch so ich habe sieben mann sieben mann stehen hier und ich glaube das schwein in den köpfern ja ja ins gegner und eignis ja sag ich ja wollen wir noch den muffin essen warum so richtig schmeckt ja und lortatz hier ist lortatz guten tag lortatz so oh patrick ist da du kennst ja wohl nichts neben 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 oder vom fehler oder ich bin mit reingeboren weil wir auch den ich hab'n gegnerin zerstört und damit er mal los nimm doch mal den muffin jetzt ja ich nehme jetzt den muffin ich habe da jetzt voll rein bitteschön so ein taddeus ist unten umgehoben der kommt jetzt der kommt gerade der kommt gerade hoch da ist er da ist er und wer holt sich den kill wer holt sich den kill da ist er wie war aber dass ich ganz ehrlich sagt zu sagen ist es doch schöner durch das noch ein paar abschließende worte sagen du bist klar erst küsst du hilfst du es hier deine kameraden und glück schützen und dann haust du ab ich will mal kurz nein nein aber wundervoll hat spaß gemacht weil bedanke mit einer unterstützende unterstützer kraft und auch ich bedanke mich auch ganz herzlich bei eva der jetzt nicht dabei war in der folge aber im discord oder was ja ok ist er gerade nicht da bitte keine ordnung weißt du bist auch still also vielen dank an euch heute schreien also bis dahin denn ja denk mal in der nächsten folge wird es dann eine kleine infofolge geben eine patch folge eine infopatch folge über deinen scanner da ist es genau nein mal schauen mal gucken bis dahin ist ja noch ein bisschen zeit wir haben jetzt sehr viel voraus produziert gehabt haben tuten gehabt sein werden sein werden ist aber als alle soll ich noch keine abgabe ok ok sagt es ist das ich sagen ich sage ich sage ich sage ich habe es ist aber ich ist es ist was gut es ist ein film es ist ein kompletter film ja ich weiß ja klar weiß ich dass falls sich etwas anderes sagt ja ich weiß also liebes zuschauer macht gut ja tschüss